Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Andreas Leopold Schad und ich bin der Öffi-Checker beim VGN. Der VGN ist der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg und wir sind heute hier auf meiner ganz persönlichen Hotspotour in meiner Heimat Hof. Kommt mit, es gibt einiges zu erleben. Bis gleich. Servus. Wenn man da hinten aber durch den Wald nach Konradsreuth fährt, da gibt es so einen Abschnitt, wo die Wurzeln sich tummeln und da gab es schon die ein oder andere Nacht, wo mich die Wurzeln überrascht haben und dann lag man da einfach mal. Wo waren die peinlichsten Momente in der Jugend? Wahrscheinlich hier in der Tanzschule. Hier hatte ich sogar mal einen Verweis, weil ich Schneebälle oben aus dem Fenster geworfen habe. Ja und nach der Schule geht man natürlich immer noch was essen oder in der Pause und dann geht man halt zum Verstel am Morgen. Wir haben hier in Hofer Tradition seit 1871. Ich bin im Moment einer von Sechsen, die hier im Stadtgebiet stehen. Ich fand den Tag sehr interessant, sehr informativ. Auch das jetzt mit dem Würstelmann war wirklich mal schön mitzuerleben. Manches, mit dem beschäftigt man sich doch nicht so, wenn man auch von hier ist. Aber ja, jetzt mit dem Würstelmann, mit der Geschichte bin ich auch nicht so vertraut gewesen. Aber jetzt weiß man ein bisschen mehr. Ja und wie sollte es auch anders sein? Bei jeder Hotspotour eine Runde Cornhole gewonnen. Leider ist die Tour jetzt heute auch schon wieder vorbei. Und ja, wenn euch Hof, Stadt und Land gefallen hat, dann würde ich als Öffi-Checker sagen, guckt doch einfach selber mal her. Und wie? Natürlich mit der VGN-App, Fahrplan und Tickets. Und ansonsten sage ich mal, bleibt stabil. Bis bald, euer Öffi-Checker. Ciao. Jetzt habe ich die Mütze mal absetzt.